24 Tage nach dem letzten Abpfiff stehen die Kicker schon wieder auf dem Platz. 22 Spieler sind ins Randersacker beim Trainingsauftakt heute dabei. Darunter bekannte Gesichter wie etwa Routinier Daniel Hegele, Stürmerit Schmunsi oder auch Stammkeeper Hendrik Bonnmann. Aber es gibt natürlich auch neue Gesichter, allen voran das des neuen Trainers Thorsten Ziegner. Am Freitag und am Samstag gibt es bereits erste Testspiele. In knapp zehn Tagen geht es dann nach Österreich ins Trainingslager. Die Saison beginnt dann am 23. Juli.